Langsam, aber sicher geht das Jahr 2018 zu Ende und so langsam, aber sicher müssen wir auch endlich mal die Zeit finden, euch allen Danke zu sagen. Danke für eure Kritik, danke für eure Anregungen, danke für eure Empfehlungen und natürlich vielen, vielen Dank für eure Treue. Auch wenn es natürlich immer schönes Lob von euch zu hören, glaubt uns, ohne eure Kritik wären wir Handlungsunweg. Es sind Anregungen von einer Community, die wir so sehr schätzen, welche uns zum Nach-, Um- und Nach-Vorne-Denken anregen. Natürlich setzen wir nicht jede Idee um, welche in den Kommentaren niedergeschrieben wird, das wäre ja auch unmöglich, aber wir lesen alles durch und denken über vieles nach. Zusammen mit euch wollen wir diesen Kanal besser und besser machen, dabei aber auch niemals die Wirtschaftlichkeit vergessen. Und auch hier wollen wir ehrlich zu euch sein, wir müssen halt irgendwie auch die Kosten bezahlen und deswegen ist es wichtig, dass sich Gaming-Clerks auch wirtschaftlich positiv entwickelt. Es sind viele Nuancen, viele Optionen und viele Gefahren, welche man beachten muss. Wir wissen aber, ihr wünscht euch mehr Reviews, mehr journalistischen Tiefgang und mehr Substanz bei den Video-Uploads. Kolumnen und News, die sind nett, die schaut ihr auch gerne, aber ihr wollt mehr und auch andere Inhalte. Und die sollt ihr bekommen. Dazu wird es übrigens auch zwangsläufig notwendig sein, hier und da im Personal aufzustocken. Dazu aber später im neuen Jahr mehr. Wir danken euch für die wilde Reise im Jahr 2018 und freuen uns auf das neue Jahr. Mit euch zusammen. In diesem Sinne, wir lieben euch alle und jetzt habt einen wunderbaren Rutsch in das Jahr 2019. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.